Oh, Backstage? Oh mein Gott, sind wir hier gleich Backstage unterwegs oder was? Wir sind jetzt Backstage unterwegs, Galanke! Oh, da vorne ist der Lamm-Muffin! Ob ich da hin kann? Oh, ich kann da hin! What the fuck, du kleiner Scheißer! Oh, lol! Wo kann ich überall hin? Yo, was ist das? Hier muss ich irgendwie Kabel noch reparieren und sowas. Oh, Münze! Geil! Ach, hier sind überall Münzen versteckt. Das ist ja krank! Wo du ja was... Wo du ja überall hin kannst? Noch mehr Geld. Und hier kommen meine ganzen Pokal und Trophäen hin. Oh, Geld! Ich weiß auch gar nicht, was ich jetzt machen soll. Das Hister-Location ist hier mit drin. Okay, ich würde mal sagen, wir fahren mit Backstage an. Wir sind nämlich Backstage unterwegs. Außerdem, ich muss Englisch können. Das ist das Schlimmste. Ich kann kein Englisch, du Spaß. Och, nö! Was ist das? Nein! Du bist es! Ach so, warte, warte. Ich brauche einen Pinsel. Ja, aber... Hä? Ich check's nicht. Oh. Ach so! Ich bin so überfordert, ne? Ich check hier nichts! Was soll ich tun? Wo ist hier das Ding zum Anmalen? Bro, was soll ich tun? Hallo! Ne, warte, ich muss die auch... Nein, Digga. Leck mich am Arsch. Was ist das für eine Kacke? Digga, das weiß ich doch nicht auswendig, welche Farbe Wasser gibt. Oh. Du kleiner Hund, du kleiner Hund, halt's Maul! Ich raffe halt nicht, was du hier willst. We try. Ach ne, warte mal. Oh, warte, 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 warte. Haben wir hier irgendwo den? Ne, haben wir nicht. Ah doch! Oh, ich hab's einfach nicht erkannt. Oh Gott, bin ich dämlich. Okay, jetzt, jetzt, jetzt hab ich's. Okay, check, ne, warte. Ja, das ist richtig. Zack, zack, urooosh. Na, ich weiß nicht, was da gibt uroosh, Bro. Was da gibt... Ach, hier kann ich das sauber machen. Uroosh, dahin, gelb. Zack und zack. Und rot. Oh mein Gott, ich krieg gar nicht Wasser. Ist es ready? Ich glaube, es ist ready, ne? Ne, die Augen noch. Die Augen noch, Bro. Ja? Dann? Oh, bitte, lass es richtig sein, ich hab keinen Bock auf dich. Ja, ist toll, oder? Du Hund! Du dreckiger Weichsel! Scheiße! Was? Das sind ja jetzt ganz andere Sachen. Warte mal ganz kurz. Wer, der hat... Oh mein Gott, ich raff nicht. Ich brauch das da. Bro, what the fuck, ey. For real. Das ist ja absolut kranker Scheiß. Ey, nee, das ist... Ich erkenne das gar nicht, Bro. Hat der das... Das war falsch. Oh, sorry. Ich dachte, dass es dieses runde Ding, das er da unten hat. Sind das deine Beine? Ich glaub, ja. Tatsächlich. Hier ist auch das andere. Gib her. Ey, ich muss mal... Komm. Geh da dran! Geh da dran, du Hund! Nein! Gib mir das. Kannst du das bitte wieder dran machen? Danke dir, Digga. Geh das auch für die Arme? Ich glaub, ja. Ich hoff's, ich hoff's, ich hoff's. Da dran, da dran. Oh, ich bin viel zu langsam. Ich bin viel zu langsam. Halt dein Maul, bitte. Ich muss mich konzentrieren. Schleife. Ja, der hat eine Schleife. Der hat eine Schleife. Und der hat Augen vor allem. Der hat Augen. Ah, wo sind seine Augen? Ah, warte. Ist das ein Ohr? Oh mein... Bro, ich erkenne das gar nicht. Das Ding hat er doch auch, ne? Nein! Das hier gehört gar nicht dran, ne? Das hier ist sein Ohr. Das ist sein Ohr. Das muss da dran. Hey, was soll ich machen? Ich hab hier nicht so einen Waxen. Ach, Digga. Ja, aber hier gibt's die Teile nicht. Das ist so arsch. Ich versteh's nicht, ey. Oh mein Gott, Digga. For real? Dein Ernst? Oh. Du Hund als Maul. Ich muss das nochmal machen. Okay, ich brauch auf jeden Fall einen Pinsel. Oh, fuck, Digga. Nein, mach das weg, bitte. Ja, man kann's wegmachen. Oh, sch. Zack. Easy. Grün. Mann, Digga. Wie mach ich grün? Ja. Okay. Pink. Zack. Was ist das? Ich glaub, das war's, ne? Ja, ja, zerstört das ruhig, der Hund. Ist mir egal. Der Typ hat ganz gruselige Windows. Der hat nicht die Sachen, der hat nicht die Sachen. Da ist gar nichts dabei. Den Mond brauche ich, der kommt da dran. Hier ist's Namen. So, geht er dran. Oh, da gibt's da auch Unterschiede. Ich weiß es nicht, ey. Ich muss dran ziehen. Ich glaube, es sind keine mehr da. Es sind auch keine da. Oh, die Zeit rennt, Alter. Fuck. Ich krieg's trotzdem nicht hin, ne? Oder sind die gedacht dafür? Nee. Ach nee, warte. Ich kann ja... Ach, da kommt nur ein, drei... Es ist aber verwirrend mit den Bildern. Sorry. Oh, guck mal, hier ist gar nicht die weg. Ups. Und... Nein, was ist zum Fick? Das holt er gar nicht dran. Das sind doch gar keine Augen. Muss ich doch die einen Augen da dran? Doch, das sind doch die einen Augen. Oh Gott, ich dachte, das ist falsch. Ich hab das nicht erkannt. Das ist doch ein Punkt für die Mitte. Hier. Und die letzte Schleife. Hab ich dann alles? Das ist eine richtige Schleife. Oh, der Mund ist auch falsch. Ah nee, ich bin zu kacke. Dafür. Okay, Food Prep. Oh, Leute, ich bin ja richtig in diesem Ding drin. Das ist ja krank. Die, ich bin einfach in die A drin. Oh, fuck. Äh, ist alles gut bei dir, bro? Welcome to L Chips. Okay, kommt da mal in die Bestellung. Morning Machine coming. Oh, moin, was geht? Was willst du? Einmal Beans und Dinger. Okay. Beans, keine Ahnung, wo man die herbekommt. Aber ich mache dir die Dinger schon mal warm. Äh, eins, zwei, fünf. Ist ready. Das kriegst du schon mal. Und die Beans, Dinger. Ach, das ist hier so... Oh, sorry. Äh. Wer hat da gekotzt? Ach so, das kommt hier drauf. Ah. Check it, check it. Eins, eins. Fuck. Fuck. F**kt. Komm. Ja. Siehste. Siehste. Ich kann das. Ich kann das. Okay, was willst du? Was willst du? Du kleiner Wiener. Das ist ja wie Job Simulator, man. Korn und Dinger. F**k, bin ich kacke. Äh, zack. Hier, das kriegst du. Und das Teil hier. Hä, 3, 4, 3. 3, 4, 3. Oh Gott, ist das ein gefährlicher Schwanz. Morning Rush Complete. Okay, sehr gut. Non Rush. Inka. Oh nein, was willst du? Moin, willkommen bei... Ich weiß nicht, wie der Laden hier heißt. Orange, ich isse mein erster Tag. Sorry. Dinger. Zack. Okay, sehr gut. Das wird Greg's Rocken. Nacho Dinger. Zack. Mit Nacho... Wie mach ich das? 3, 1, 2... Äh, 3, 2, 1... Digga, das ist so schnell. Tut mir leid, ey. Äh... Nacho Cheese. Ach, das ist hier das Ding einfach, ne? Oh, kacke. Ja, ja, äh, tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Die Dinger. 3, 3, 5... 3, 3, 5... Äh... Ja! Peter. Hä, das... Willst du mich verarschen? Ich hab dir alles gegeben. Nacho Cheese. Kommt drauf. Ist wieder falsch. Okay, da muss es der falsche Getränk sein. Der wird langsam echt sauber. Der rückt mir langsam echt auf die... Maaan! Ja, okay, keine Ahnung. Ich kündige. Keine Ahnung, was für ein Sack der wollte oder was ich da falsch gemacht habe. Okay, was ist Fes-Kate? Bonkse, Bonkse, du getter Highscore, don't hit. Help me. Dann geht's los, wenn ich auf den Button drücke, ne? Okay. Let's go. Ah, jetzt ist das okay. Oh mein Gott. Oh. Den darf ich nicht. Der ist lieb. Ihr bösen Greeners, alle weg mit euch. Weg. Oh, der ist auch böse. Nein! Ne, du bist lieb. Oh. Sorry. Wo ist der eine? Hab ich schon verloren? Oh Gott. Cool. Nice. Oh. Verstehe. Oh, jetzt sind sehr viel mehr Löcher aktiv. Ach du Pitch. Okay, dann gucke ich mir jetzt Phaser Blast an. Wie schalte ich die anderen Sachen frei? Oh, ich soll ja. Ja! Okay. Jetzt werden alle Ziele weggeschallert. Oha. Oha, das geht einfach nur von unten nach oben. Okay. Bam. Zack, zack, zack. Zack, zack. Oh, fuck, fuck, fuck. Oh Gott, bin ich kacke. Okay, ich muss mit zwei Händen eigentlich halten. Ah, fuck. Man, Bro. Okay, okay. Man, ey, ich bin wirklich zu echt. Das hat halt kein Kim und Korn. Das ist ein bisschen Arsch. Okay. Das gefällt mir schon besser hier, wenn's von der Seite, muss ich sagen. Oh, yeah. Okay. Oh, der hat denn auch ne Ziele, fuck, ey. Boah, also hier alles zu treffen ist sowas von unmöglich, alter. Holy shit. Jesus fucking Christ. Boah, das ist ja gefährlich. Ach, das ist was. Oh, jetzt kann ich hier was gewinnen. Oh. Cool. Habe ich das da bekommen? Achso, jetzt kann ich das in Pink benutzen. Oh, ein Karussell. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Nein, das ist wirklich widerlich. Also das ist schon ziemlich eklig. Ah, welcher ist denn hier im Arsch? Ach, da unten. Ach, da unten. Hab ich gar nicht gesehen. Okay. Oh, Mary, geh um die Runde runter. Wer geht hier rum? Huh? Huh? Ah! Du Hohn, verpiss dich! Oh, man, Digger, wirklich. Okay, jetzt können wir ein bisschen Spaß haben im Leben. Was macht dich so speziell? Bam. Ja. Und noch ein Schalter. Oh, kleiner Ween. Oh, bitch! Verpiss dich! Kleiner Weigster. Och, nö, was ist das? Oh nein, das check ich nicht. Oh nein, das verstehe ich nicht. Nein, 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 nein wieso sind deine arme feist soll ich das auftauen ich habe keine ahnung was ich tun soll komplett keine ich wollte nur das geld weißt du ich hab so ein instinktiven riecher wenn irgendwo moneten in der nähe sind ich verstehe nicht wo ist denn jetzt der kuchen überhaupt stand hier drin keine ahnung ich glaube ich bin hier raus ok dann gehe ich ins sister location rein oh nein balera gallery exit oh mein gott endlich exit backstage hier und eigentlich exit gefunden exit wie so bin ich auf dem boden wie soll ich mich nicht von den erwischen lassen bro oder vorn ist doch bin ich aber hey wie soll man wie wie soll ich das machen wie soll man das machen das geht gar nicht ach keine ahnung leck mich doch am arsch ach nee keine ahnung ich weiß nicht wo ich verstehe es nicht danke an meine mitglieder saftig bananen knuffe und kandulus und danke an die fashion bananen schaut jetzt dieses video an das war richtig gruselig